Xabi Alonso zieht Schlussfolgerung aus BVB-Erfolg und fordert anderen Fokus gegen Rom. Vor dem Europa League-Revanche-Party gegen eben diese AS-Rom hat Leverkusens Trainer Xabi Alonso eben diese Ambition der Bundesliga hervorgehoben. Trotzdem sieht der Spanier vielmehr denn einen Grund, aufgrund dessen vor der Amt an dem Donnerstag zu warnen. Wett aus den Köpfen ist dasjenige Revanche-Party aus der vergangenen Saison noch immer nicht. Wir haben im weiteren Verlauf sehr gelitten, sagte Innenverteidiger Edmund Tabsober an dem Mittwoch jenseits eben diese Bauplatz in der Mannschaft hinter dem 0-0 in der Bay-Arena vor einem Jahr. Dassjenigen nicht zu dem Beschlagnahme in das End-Ausscheidung reichte. Auch Trainer Xabi Alonso blickte auf der Pressekonferenz vor der Neuschutzschicht ein Jahr zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Wir haben dasjenige Gefühl, dasjenige wir vorher hatten, nicht vergessen, führte der Spanier aus. Diese Energie sollen wir für uns nutzen. Profitieren kann der die das ihm gehörende Team am Werk aber selbst von den veränderten Beleg. Nahm Bayer 04 in dem vergangenen Jahr noch eine 0-zu-einer Hypothek aus Rom mit, gehen Tabsoberco. Dieserfalls mit einem 2-zu-0 keilförmiges Stück in dasjenige Glücksspiel vor heimischer Kulisse. Und in dem Leverkusen damals in der Spielklasse aufgrund dessen eben diese erneute Teilnahme an der Europa League kämpfen musste, steht dieserfalls zu dem gleichen Saisonzeitpunkt allerdings längst eben diese erste Herrschaft der Vereinsgeschichte fest, und dasjenige in einer Spielklasse, Eben diese nebst Bayer 04 in der Europa League wenn es ganz schlimm kommen sollte selbst beide Champions League Finalisten anbringen könnte. Bundesliga stärker denn Premier League? Fakten kann man nicht diskutieren das ist sehr affirmativ für eben diese Bundesliga. Kommentierte Xabi Alonso den Final-Beschlagnahme von Borussia Dortmund an dem Dienstagabend und zog eben diese naheliegende Schlussfolgerung? Dieses hohe Anspruch der Bundesliga bedeutet, wir waren sehr konstant selbige Saison, zumal Leverkusen hinter als vor eben diese erste Mannschaft der Spielklasse-Geschichte werden könnte, Eben diese eine Saison voll belegt ungeschlagen beendet. Dass es nicht ganz selbstverständlich ist, welches wir geschafft haben. Ist eben diese Bundesliga hierdurch selbst stärker denn eben diese Premier League? Eben diese in Aston Villa allenfalls noch einen Conference League Teilnehmer auf internationalem Holzfußboden stellt? Man kann alles sagen. Aber eben diese Ergebnisse sind Ergebnisse, dasjenige sind Fakten, eben diese kann man nicht diskutieren, antwortete der Spanier staatsmännisch. Der große Spielklasse-Ergebnis habe aber nichts mit dem Glücksspiel an dem Donnerstagabend zu tun. Morgen wird es eine zusätzliche Sache, dasjenige ist ein europäisches Halbfinal-Revanche-Party, führte Xabi Alonso aus. Da benötigen wir eine zusätzliche Mentalität, einen anderen Fokus. Wie der Wille des gefühlt komfortablen Vorsprungs sei man in einer gefährlichen Situation, mahnte er. Ein Treffer kann dasjenige Mindset schnell ändern. Dennoch wolle man nicht allerdings den eigenen teilförmiges Stück verteidigen. Wir wollen angriffslustig der die des ihm gehörende und dasjenige Glücksspiel kontrollieren. Kündigte Xabi Alonso an, und Tabsober pflichtete ihm bei, wir heranziehen dasjenige Glücksspiel so, denn würde es 0 zu 0 auf den Füßen aufrecht stehen. Wir wollen dasjenige Glücksspiel gewinnen. Die personellen Voraussetzungen dafür sind hervorragend. Xabi Alonso steht der die des ihm gehörende gesamter Kader zu einer Verfügung, selbst eben diese in Frankfurt geschonten Alejandro Grimaldo und Florian Wirtz werden nicht zum ersten Mal mit am Werk der die des ihm gehörende. Die Beleg auf den Füßen aufrecht stehen gut, dasjenige schmerzhafte Renunziation aus dem vergangenes Jahr aus den Köpfen zu bekommen.